Wolke Alma Hegenbart, 6. Mai 1980 in Meerbusch, ist eine deutsche Schauspielerin. Ihre bekannteste Rolle spielte sie als Alexandra Alex Degenhardt, Hauptakteurin der Fernsehserie Mein Leben und ich. Wolke Hegenbart wuchs in Meerbusch-Osterrad auf. Wolke ist kein Künstlername. Nach Einwänden des Standesamtes erstritt ihr Vater das Recht, seine Tochter so zu nennen, vor Gericht, eins, bereits mit vier Jahren begann sie Ballettunterricht zu nehmen. Bei einem Casting in der Theater AG wurde sie 1995 für eine Rolle in der Serie Die Kempe entdeckt, was ihre ersten Schauspielerfahrungen begründete. 1999 bestand sie ihr Abitur am Humboldt-Gymnasium Köln. Hegenbart ist verwandt mit dem Comiczeichner Hannes Hegen, geborene Johannes Hegenbart, und mit dem Maler Josef Hegenbart, 2, 3. 2006 nahm sie an der ersten Staffel der RTL Tanzschore letztens Teil. Mit ihrem Tanzpartner, dem ehemaligen Profitänzer Oliver Seefeld, erreichte sie den zweiten Platz. Am 30. Juni 2007 gewann Hegenbart zusammen mit dem ehemaligen Profitänzer Alain Frank den Vorentscheid des Eurovision Dance Contest mit 49% aller Stimmen. Da Frank aufgrund seiner Ausbildung zum Langstreckenpiloten zeitlich sehr eingeschränkt war, trat Hegenbart beim Eurovision Dance Contest erneut mit Seefeld an und erreichte den achten Platz. Am 18. Oktober 2008 nahm Hegenbart am TV-Total-Turm-Springen teil und landete im Synchronspringen mit ihrem Schauspielkollegen Steffen Groth auf Platz. Erster Hegenbart moderierte außerdem die Comedy-Verleihung 2004 und am 18. Januar 2008 den dritten Dresdner Opernball. 2004 wurde Hegenbart mit dem Deutschen Comedy-Preis in der Kategorie Beste Schauspielerin in einer Comedy-Serie ausgezeichnet, 2005 und 2006 war sie erneut in dieser Kategorie nominiert. Es folgten mehrere Nominierungen für den Deutschen Fernsehpreis. 2011 erhielt sie die Auszeichnung Best-Four-Bike als fahrradfreundliche Persönlichkeit des Jahres. Im selben Jahr wurde sie zudem für ihr soziales Engagement mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Außerdem war sie für die Goldene Henne in der Kategorie Leserpreis Schauspiel 2011 nominiert. Von 2002 bis 2012 war Hegenbart mit einem Südafrikaner verheiratet. 4. Sie lebt in Berlin. Anfang September 2019 wurde sie Mutter eines Jungen. 5. Wolke Hegenbart engagiert sich für die Hilfsorganisation Mercy Ships. Seit 2013 hilft sie jedes Jahr für mehrere Wochen auf dem Krankenhausschiff Afrika Mercy ehrenamtlich aus. 6. Hegenbart unterstützt außerdem das Kinderhilfswerkplan International. 7. Und die Hilfsorganisation World Vision durch zwei eigene Kinderpatenschaften und mit der Aktion trotz ETS. 8. 9. Zudem gilt ihre Unterstützung auch ein Herz für Kinder. 9. Zudem gilt ihre Unterstützung auch ein Herz für Kinder.